Mahlzeit, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und wieder willkommen zurück zu einem kleinen Video bzw. Infovideo zu Call of Duty. Ich habe mir nämlich was Feines gedacht, eine neue Rubrik würde ich nämlich gerne einführen. Und zwar wird sich diese Rubrik Let's Request nennen oder vielleicht fällt mir noch ein anderer Name ein. Aber was in dieser Rubrik vorzufinden ist, möchte ich euch jetzt gerade sagen. Und zwar Call of Duty ist ja mittlerweile, finde ich persönlich, ein bisschen abgestumpft. Und dieses ganze hin und her rennen und abschießen und so weiter, das ist zwar ganz witzig. Aber ich würde mich gerne ein bisschen erweitern und euch auch was Neues, Pfiffiges bieten. Und in dem Sinne habe ich mir gedacht, ich werde eine Rubrik erstellen mit Requests von euch für mich. Die ich machen soll in irgendeinem Call of Duty Match, also bei Ghosts oder Black Ops 2, das könnt ihr euch aussuchen. Und zwar habe ich mir das so überlegt, ihr könnt mir Anforderungen oder Aufgaben stellen, die ich absolvieren soll. Und ich werde das dann machen und aufnehmen und so lange aufnehmen, bis ich das geschafft habe. Als kleines Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine, habe ich mir gedacht, ihr sagt mir jetzt beispielsweise, ja, du machst jetzt mal oder wäre cool, wenn du einen Frack machst, indem du auf einen Gegner zuschlitterst und ihn messerst. Oder wäre cool, wenn du einen Frack machst, wenn du auf einer hohen Position bist, runterspringst und einen in den Kopf messerst. So was habe ich mir vorgestellt, dass ihr mir irgendwelche Aufgaben nennt, die ich dann in dem Spiel absolvieren soll. Und die Aufnahme wird dann, sage ich mal, so lange gehen, bis ich diesen Frack, ja, gemacht habe. Beziehungsweise bis ich diese besondere Aktion hergestellt habe. Es gibt natürlich auch viele, viele weitere Sachen, die ihr mir sagen könnt. Und zum Beispiel, schieße mit der Armbrust jemanden in den Kopf und schaue ihm zu, wie dieser Kopf explodiert, beispielsweise. Also ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt mir Aufgaben stellen und ich werde diese dann erledigen und versuchen zu erledigen. Diese neue Rubrik wird sich dann, wie am Anfang schon erwähnt, Let's Request nennen, werde ich so nennen, keine Ahnung. Und was ich mit diesem Video jetzt erreichen möchte, ist, dass ihr mir in den Kommentaren Aufgaben schreibt, die ich absolvieren soll. Und das werde ich dann aufnehmen und in eine neue Rubrik reinknallen. So, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten könnt ihr gerne in den Kommentaren nochmal nachfragen. Ich bin jetzt raus, ich wollte euch das nur mitteilen und ich hoffe, dass das eine richtig geile Rubrik wird, beziehungsweise eine neue Playlist, ein neues Projekt. Gut, in dem Sinn, ich bin jetzt auch wieder raus und ich wünsche euch was. Postet fleißig, ob Facebook oder YouTube. Also meine Lieben, haut rein, bis denne.